Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch heute zeigen, wie der Lisa Pur Advanced mit der Reinigungsbürste angewendet wird. Und zwar macht er das ganz von alleine. Das ist meine Morgenroutine und meine Abendroutine, die dauert nur 60 Sekunden. Dafür feuchte ich zunächst mal mein Gesicht an und die Bürste hier vorne. So, ich verwende dafür so ein Schwammtuch. Und schon kann es losgehen. Hier schaltet ihr ein. Ihr unterteilt euer Gesicht in drei Zonen. Den Rest macht der Lisa Pur Advanced von alleine. Ihr habt einmal die Zone A. Das ist die T-Zone, die berühmte. Dann habt ihr die Zone B auf der Seite und die Zone C auf der Seite. Und der Lisa Pur Advanced zeigt euch immer nach 20 Sekunden an, wann ihr die Zone zu wechseln habt. Los geht's! Da gehört auch ein bisschen Übung dazu, dass man die Zeit drin hat. Das ist schon so eine B. Da gehört auch ein bisschen Übung dazu, dass man die Zeit drin hat. Das ist schon so eine B. und zu holen, zieh. fertig ganz von alleine ausgegangen so wenn euch jetzt interessiert wie der massageaufsatz funktioniert dann schaut einfach nächste woche wieder rein und in zwei wochen zeige ich euch dann wie man den keramikaufsatz anwendet für die oder gegen die augenringe bis bald